Wusst, ist Gott allmächtig? Also wusste Gott, dass der Satan die Menschen verführen wird. Aber er hat ihn trotzdem erschaffen. So, aber dadurch, dass der Satan da ist und die Menschen verführt, wird etwas Positives entstehen, nämlich Menschen, die gegen den Satan kämpfen. Und einer davon, der steht heute hier vor ihm. Und er wird inshallah gegen diesen Satan kämpfen bis zu seinem letzten Atemzug. So, das heißt, wir waren gerade bei der Rolle der Frau. Wie gesagt, falls sich jemand beleidigt fühlt, tut mir leid, aber er sollte dann seine Religion ändern. Das heißt, das kann nicht der Maßstab sein. Weil es kann durchaus sein, dass es Dinge gibt, die dir nicht gefallen. Beispielsweise, beispielsweise, viele Leute sagen, ja, guck mal, das ist doch unfair. Warum gibt es diese Regel bei Männern und diese Regel bei Frauen? Ich gebe ein Beispiel, erbrecht. Der Bruder ehrt das Doppelte von der Schwester im Islam. Warum? Warum ist das so? Ist so unfair. Dann will man das benutzen, um zu sagen, guck mal, der Islam kann nicht richtig sein. Wenn der Islam richtig wäre, dann wäre er ja so wie das deutsche Gesetz. Dann würde die Schwester genau sehr wie der Bruder her haben. Achso, das deutsche Gesetz ist jetzt der Maßstab für das geworden, was im Grab richtig ist, oder wie? Und hier sagen wir nur, das ist auch eine Weisheit. Weil im Islam zur selben Zeit, wenn man tiefgründig reinschaut, hat der Mann, der Bruder, auch mehr finanzielle Verpflichtungen. Der Bruder muss seine Frau versorgen. Der Bruder muss die Mutter versorgen, wenn die überlebt ist. Der Bruder muss seiner Frau eine Brautgabe geben und so weiter. Und er muss sich sogar um die Schwester kümmern, wenn die keinen hat, um die sich gekümmert wird. Und die Frau, die Schwester, die kann das ganze Geld, kann sie sich selber in die Tasche stecken. Und da der Mann mehr finanzielle Verpflichtungen hat, kriegt er auch mehr vom Erbe. Wie bei der Arge. Ja, bei der Arge zum Beispiel, wenn man hingeht, man hat mehr finanzielle Verpflichtungen, man hat zehn Kinder, kriegt man mehr Sozialhilfe, Arzt, vier und so weiter, als derjenige, der nur ein Kind hat oder Single ist. Stimmt, oder habe ich recht? Achso, mit Arge habt ihr keine Erfahrung hier. Na, okay, gut. Alhamdulillah. Ist doch so, oder? Oder habe ich mich vertan? Ist hier jemand, der bei Arge arbeitet? Ist hier jemand, der bei Arge angestellt ist? Also ich meine, der dort sein Geld herkriegt. Ist egal. So, und so geht es immer weiter. Deswegen, diese Punkte habe ich nur erwähnt, um zu zeigen, dass diese Herangehensweise falsch ist. Denn dann dürfte die Frau keine Wehen haben bei der Geburt. Ist doch unfair, oder? Warum hat die Frau Wehen, der Mann nicht? Gott könnte das doch so bestimmen, dass der Mann, dass der gleichzeitig auch Bauchschmerzen hat oder so. Wenn die Frau gerade das Kind bekommt. Ja, oder nicht? Also, jetzt haben wir zwei Herangehensweisen, wie man den richtigen Weg findet. Und wie gesagt, das ist heute eine einleitende, eine einleitende, eine einleitende, ein einleitender Vortrag. So. Jetzt haben wir zwei Herangehensweisen. Einmal die Herangehensweise, dass wir das Falsche ausschließen. Ja, das heißt, wir gucken, welcher Weg kann nicht richtig sein. Und am Ende bleibt nur noch eine Religion übrig. Ist natürlich sehr anstrengend, weil es gibt so viele Religionen auf der Welt. Ich werde das nur allgemein machen. Oder wir schauen, hat diese eine Religion Beweise, logische, rationale Beweise, die zeigen, dass sie auf jeden Fall vom allmächtigen Gott sein muss. Wir fangen erst mal mit dem ersten Schritt an. Wenn wir sagen, oder wenn wir uns die verschiedenen Religionen angucken, dann sehen wir, dass im Prinzip alle diese Religionen von sich selber behaupten, den einen wahren Weg zu Gott darzustellen. Alle diese Religionen behaupten von sich, wir stellen den einen wahren Weg zu Gott dar. Jetzt gibt es Religionen, die sagen, andere Religionen können auch zum Ziel führen. Und andere Religionen, die sagen, nein, nur unser Weg führt zum Ziel. Zum Beispiel Judentum, zumindest heutzutage. Ein Freund von mir hat sich mit einem jüdischen Rabbiner oder auf jeden Fall jemanden, der sich damit richtig auskennt, unterhalten. Und der meinte, bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig, Muslim. Bleiben Sie ruhig, Muslim, kein Problem. Die Muslime bleiben Muslime, die Juden bleiben Juden. Alle sind Friede vor der Eierkuchen auf der richtigen Seite. Wir Muslime sagen aber, genau wie auch die Christen, dass derjenige, der von der Botschaft gehört hat und diese Religion nicht annimmt, im Jenseits in die Hölle geht. So jetzt. Was würde ich dann zu dem Rabbiner sagen? Würde ich zu dem Rabbiner sagen? Herr Rabbiner, wenn ich auf der richtigen Seite bin, dann werden Sie Muslim. Dann sind Sie auch auf der richtigen Seite. Wenn Sie glauben, dass der Islam auch richtig ist, dann nehmen Sie doch den Islam an. Dann kann Ihnen nichts passieren. Weil es geht ja um das Jenseits. Es geht ja nicht um irgendeine Frage, was esse ich morgen. Es ist morgen Plutte oder Rindfleisch. Es geht ja hier um die absolute Frage, ob man in die Hölle geht oder ins Paradies. Das heißt, wenn man glaubt, dass diese Religion, dass der Islam richtig ist, aber die andere ist auch richtig, aber der Islam sagt ganz klar und deutlich, dass er den einzig wahren Weg zu Gott darstellt. Das heißt, stellen Sie doch Ihr Leben, gehen Sie doch dieses Risiko nicht ein. Wie können Sie dieses Risiko eingehen? Super, man geht noch nicht mal, gepriesen sei der Allmärche kommt, man geht noch nicht mal so ein Risiko ein, wenn man in den Urlaub fährt. Dann hat man vielleicht irgendeine Reise, Rücktrittsversicherung oder sowas. Wie kann man so ein Risiko eingehen, wenn es um die ewige Bleibe geht? Das erstmal dazu. Von daher können wir sagen, dass diejenigen, die sagen, alle Wege sind richtig, sich erstmal nicht alle Religionen richtig angeschaut haben. Das kann beispielsweise nicht Christentum und Islam kann nicht gleichzeitig richtig sein. Geht nicht. Geht nicht. Diese Illusion kann man direkt beseitigen. Geht hier nicht um eine Beleidigung, es geht hier einfach um eine logische Herangehensweise. Um eine logische und ehrliche Herangehensweise. Es kann nicht gleichzeitig richtig sein, Jesus anzubeten. Und gleichzeitig, weil im Christen wird Jesus angebetet, im katholischen Katechismus steht, wenn ich glaube, dass Jesus wahrer Gott ist, kann sich nicht Christ nennen. Und gleichzeitig sagt man, es ist nicht erlaubt, irgendjemand anderen außer dem Allmächtigen Gott anzubeten. Kann ich gleichzeitig richtig sein. Grün kann ich gleichzeitig blau und grün sein. Entweder es ist grün, ja das ist hier, oh Werbung jetzt, egal. Das ist Red Bull. Will jemand was haben? Das kann nicht, das ist nicht Coca-Cola. Das heißt, wenn das Red Bull ist, dann ist das nicht Coca-Cola. Wo ist es Coca-Cola? Ist Red Bull. Seht ihr? Das heißt, wenn ihr Islam sagt, man darf nur Gott alleine anbeten und Jesus ist nicht Gott und Jesus ist nicht der Sohn Gottes, dann kann Jesus nicht gleich der Sohn Gottes sein und anbetungswürdig sein. Unmöglich. Das eine schließt das andere vollkommen aus. So, jetzt kommen wir zurück zum Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt nach dem richtigen Weg suchen und realisieren, dass eigentlich jede Religion sagt, sie ist der wahre Weg zu Gott oder der wahre Weg oder Unterschiede zu anderen Religionen hat, dann kann nicht jede richtig sein. Und die Religionen, die jetzt sagen, aber andere Religionen sind zwar nicht richtig, im Sinne von, dass alles authentisch überliefert ist, aber sie können auch zum Ziel führen, dann sagen wir zu denen, die diese Religionen haben, geh doch kein Risiko ein. Nimm doch das an, also logische Herangehensweise, nimm doch das an, was sagt, es ist der einzig wahre Weg, der ins Paradies führt, dann bist du auf der sicheren Seite. So. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wenn wir nun sagen, dass zum Beispiel diese Religion, und ich sage es, ich nehme es direkt von vornherein hinweg, am Ende, am Ende, wenn man diese ganze Herangehensweise macht, wenn man schmeißt alles auf Seite, man schaut sich alles an, bleiben nur noch zwei Religionen übrig. Es ist Islam und Christentum. Alles andere, Judentum, Stammesreligion, fallen aus. Warum? Weil die wahre Religion für jeden Menschen muss, muss die Eigenschaft haben, dass sie auch für jeden Menschen zugänglich ist. Und wenn ich eine Stammesreligion habe, zum Beispiel, von irgendeinem bestimmten Stamm, das hat der bestimmte Stamm, Gott, für den Stamm, dann kann diese Religion nicht für die anderen Menschen sein. Judentum, der Gott der Juden, wie beispielsweise gesagt wird. Das heißt, Allah sagt ganz klar, und deutlich im Koran, Suche 49, Das heißt, oh ihr Menschen, wir haben euch zu Stämmen und Völkern gemacht, damit ihr euch gegenseitig kennenlernt. Und der Beste unter euch ist nicht der Jude, oder der Araber, oder Chinese, oder was auch immer, oder der Deutsche, da gibt es auch einige, die das glauben, sondern ist der gottesfürchtigste. Das ist der edelste. Deswegen, diese ganze Stammesreligion, eine Religion für einen bestimmten Stamm, können wir alle ausschließen. Hinduismus, Religion für die Hindus, Judentum, der Name impliziert schon, dass diese Religion für bestimmte Leute ist, für eine bestimmte Rasse, oder für einen bestimmten Ort. Können wir schon ausschließen. So, jetzt gucken wir uns an, jetzt gucken wir uns an,